Musik Ich werde schon immer gefragt, haben Sie nicht schon ein bisschen was von Homer angenommen? Kann ich immer nur sagen, ein bisschen Homer steckt in jedem von uns. Was für eine furchtbare Verschwendung. Ja, aber es bleiben einem Erinnerungen fürs Leben. Du bist der Einzige von uns, der hier lauter rumjammert. Super, Norbert. Okay, bis morgen. Tschüss. Tschüss. Schöne es zu gehen. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020